Die BMW Group verfügt über eine hohe Kompetenz bei der Produktion von Antrieben. Aus unserem globalen Produktionsnetzwerk beliefern wir unsere Fahrzeugwerke mit Antrieben. Egal, ob sich unsere Kunden für ein Modell mit einem verbrennungsmotorischen oder einem elektrischen Antrieb entschieden haben. Die E-Mobilität gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Den elektrischen Antrieb der bereits fünften Generation produziert die BMW Group seit 2020 in Serie. Er wird dieses Jahr auch im neuen BMW iX und im BMW i4 zum Einsatz kommen. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 mehr als die Hälfte unserer Fahrzeuge weltweit mit einem vollelektrischen Antrieb an unsere Kunden ausliefern werden. Dementsprechend erweitern wir unser globales Produktionsnetzwerk für elektrische Antriebe. Wir erweitern bestehende Standorte und erschließen uns neue. Den dabei notwendigen Personalaufbau bewerkstelligen wir nahezu ausschließlich durch Transformation. So können wir die vorhandenen Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen und ihnen auch langfristig attraktive und sichere Arbeitsplätze anbieten. Die BMW Group hat eine extensive in-house Expertise in producing drivetrains. Our global production network supplies our vehicle plants mit der drivetrain unsere Kunden Nr. 1 für elektrified Models, sowie für Models mit einer Kombustion Engine. Elektromobility ist immer mehr und mehr wichtig. In 2020, die BMW Group startet eine sehr große Produktion von der 5. Gen. E-Drivetrain, which will be used in new BMW Models like the BMW i4 and the BMW iX. By 2030, we expect at least 50% of our global vehicles to be delivered to our customers with an electrified drivetrain. In response to that, we are systematically expanding our production network for E-Drive trains. We are increasing capacities in existing locations and we are developing capabilities in others. We are growing our staff for the E-Drive production almost exclusively through the transformation of personnel currently working in other areas of the company. By doing that, we can get the most of the expertise of our associates and offer attractive and future-proof jobs. super-mäßig. Lud' funktionärität in einem Shiraz搭ieren An direkten der K meer vorab im Jahre die Welt, jeopardischer等一下, Wichtig also, dass es immer mehr konflicter der Keremos trafik, auch wenn wir jetzt in einzel customer-ковые schofen und der K教um nach lobby sind, können wir eingehen um다�archenจะ beскремidos bis samh Jenna. Später werden stood glös 개 dort mit dem kleinen stad,